Wieso? Weil wir mein Audio nicht anbezogen haben eben. Aaaaahhhh Okay, belastend. Ja gut, nicht schlimm. Aber es war sowieso nur eine Runde und anderthalb. Ne, waren zwei. Aber egal, scheiße. Hätte ich gemacht, also die zweieinhalb, das waren ja noch 43 Sekunden als ich rausgeflogen bin. Hätte ich trotzdem gemacht. Aber gut, wenn du kein Audio drin hast, dann bringt das natürlich nichts. Aber ich verschieben wir die noch. Verschieben wir die 100. Verschieben wir die 100. Folge noch, ja genau. Aber alles, wenn du willst, können wir morgen noch was. Wenn du es morgen probieren willst und natürlich mein Internet mitschicken, können wir morgen gern zusammenzocken. Wie viel flash ich bin von Insta, ich weiß es nicht. Ja, klar, klar, also kannst du dich ja kannst dich melden. Ich hab gesehen, du kannst die Spiegelreflexkamera mit einer App nutzen. Geht das denn auch über die Xbox? Ich glaub dann über den Computer. Ach, vorher schon. Ach, vorher schon. Dann würd ich halt über Twitch auf den Laptop machen. Dann musst du aber dein Laptop mit der Xbox verbinden. Ja. Das hab ich. Fisch. Fisch. Aber zugleich musst du dann halt, du willst dann wahrscheinlich trotzdem auf dem Fernseher spielen, zugleich musst du dann trotzdem das Bild auch auf dem Fernseher haben. Ansonsten kannst du nur über über den Laptop spielen. Ah, okay. Ich guck mal. Verstehst du da? Was mein? So, Leute. So, Mario, ich hab gehört, wir gehen erstmal in die Liebeshöhle. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Daniel? Ich hab da einen kleinen Haufen Eifersucht. Kommst du mit in die Liebeshöhle? Nein, 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 Lucas. Das ist unser was. Ich glaub, das war einfach so. Wie ging das denn nochmal? Ah, ich steuere. Warte, okay. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Marius, 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 Marius. Wo bist du? Hier gibt keine Liebe. Eins, zwei, drei. Ah, scheiße, wir haben unterschiedliche gemacht. Ich hab dir was ganz gesagt. Wenn irgendwas schlecht ist. Oh, kriege mir das, wenn ich mich drüber spreche. Außer, hinkt uns die Mannesdrechte. Und ich hab ein, ich hab ein, was, guck mal hier. Warte, warte, warte. Äh. Ah, du hast mich geschlagen. Au, 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 au. Da hast du wieder rücken, Marius, hm? Nein, ich hab nur eins, ich hab nur eins. Komm, ich hab nur eins. Achso, du hast noch eins, hast du? Ja. Lukas, wirst du vorgeschlagen? Oh. Oh, guck. Ah, wo ist das Baby? Was? Ja, und ihr wart nicht da, um diese... Ja, Daniel, dann töte den Typen doch. Mann, ey. Ja, nee, das ist ein Kollege für mich, ehrlich. That's what's. Friends are for. Erstmal gegen das Teil gelaufen, ich bin so nervös, dass ich wieder Internet habe. Am Montag war schon morgens für, keine Ahnung, äh, wie viele... Ach, die sind ja Gegner. Für, für zwei Stunden oder drei Stunden das Internet weg. Ja, ist alles weg. Ich komme, ich komme, ich komme, ich muss noch Gegner töten. Und? Ich hab ihn gekillt, da ist noch einer. Scheiße. Der ist tatsächlich guter. Ich komme mal bei Daniel. Okay, Marius, kannst, komm. Ich habe da ein Lichtschwert raus, Marius. Ich habe da ein Lichtschwert raus. Oh, keine Sau. Warte, warte. Oh. Ist bereit? Ist bereit? Ja. Hey! Guck, er zeigt seinen Penis. Ja, ist grad ein Droinika gerollt. Wegen dir! Wegen dir! Ich tu mir mein Bestes. Ja, das ist immer was dein Bestes ist. Verlieren! Wir machen gar nichts! Wir machen... Wir hatten... Ja! Wegen euch! Ja! Ja! Dann sag nicht, dass wir das wegen uns verloren haben! Du bist um hoch hoch! Ja, das geht euch ganz in. Ecken! Ecken! Na, wo ist das Denken? Was ist der denn hier in der Ecke? Alarm! Oh, ich bin tot. Oh! Die sind da in dem Hangar. Ja, die sind hier in dem Hangar. Wir sind hier im Hangar. Wir sind hier im Hangar. Wir sind hier im Hangar. Hangar? Hangar schmanga? Das sag ich eigentlich immer, aber... Zeig dich! Ach! Komm! Ah doch! Ich hab ihn bekommen! Hehehehehehe! Gieß dir mit Raketen rein, Mensch! Ah! Wieso komm ich hier nicht über das Scheiß-Fucking-Geländer hier, Junge! Den hab ich schon grad zu grünen können. Ha! Meiner! Der Hamomanu! Wir verlieren A! Toll, Daniel! Wegen dir haben wir A verloren! Ja, ich bin hier die ganze Zeit bei B! Ja, ich bin hier die ganze Zeit bei B! Hup! Hoffnung, gemerkt! Hehehe! Also ganz stabil ist meine Leitung noch nicht. Aber egal! Es reicht zum Zocken! Daniel, lass mich doch bei dir spawnen! Daniel, lass mich doch bei dir spawnen! So können wir das nie gewinnen! So können wir das nie gewinnen! Ja, so können wir nie C ein... Ach, so können wir nicht! So können wir bei dir spawnen! Aaaaaah! Ich geh weg! Ich hab ne KI besiegt, Jungs! Kein, kein Thema! Aber so schlecht kann man ja gar nicht grüßen sein, dann bin ich schlitzter! Kribes-Höhne! Kribes-Höhne! Ja, voll, ich bin ganz beschossen! Geht! Ich brauche nur KI! Oh, ihr bei uns, Marius! Alarm! Aaaaaah! 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 Ohhh, Alter! Aaaaaah! Ach, Grievous! Eine alte Spinne! Dieser wird auch gemarren! Wart! Hast du den Meter gefüllt? Nein! Wie ist das denn? Alter, da snibt leider auf mich, wie frech ist das? Ich hab doch gar nichts getan! Ach Daniel, den wollte ich grad killen. Okay, jetzt hab ich das Ding geholt. Von ganz hinten snibt einer. Ah, hab ich den noch gehört. Du bist von oben beschossen, Daniel. Ja. Ich bin nicht bei Mario spawnen. Ich brauch ein bisschen viel grad. Ach, danach mach ich mal ernst hier. Jetzt erst. Ja. Ich würd ja gerne in die Liebeshöhle. Wenn du als Tate nicht pushen kannst. Ich hab gepusht, aber ich würd geholt. Ich hab 401 Gegner grad beschädigt. Kein... Kein Kill gemacht. Ja, Obi. Töte doch mal Darth Maul. Ganz auf... Äh... Was ist das? Osten! Da chillt ein scheiß Kampfdroide. Äh... Ja, hab ich auch gemerkt. Von dem wollte ich boholt. Ist der grad gestorben? Ich glaub der ist grad gestorben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich über... Ich über... Wunder die gerade. Boah, wir haben schon zwei Punkte, ne? Also zwei Prozent, ja. Voll... Voll krass. Oh, wir sind jetzt bei C und eben noch C1. Ja, ich bin... Oh, Daniel ist ein Kampfdroide. Oh! Direkt auf meine Leiche. Ich glaub ich hab ihn geholt. Weiß nicht, er ist auf jeden Fall tot. Nice, ich hab C noch mit erobert. Cool. Ich werd besnackt. Ich geh in die Liebeshöhle. Zwei Superkampf. Ja, über 10. Wo seid ihr? 10. Aber ich bin jetzt quasi tot. Ich bin tot. Was macht denn grässlichen Typ hier? Hostiles controlen alle Commandposte. Wie, meiner Grottenleistung bin ich sechster aus unserem Team, ist ja Wahnsinn. Ganz ehrlich, Camino ist eh kein wichtiger Posten, ja, also den kann man ruhig mal verlieren. Das ist jetzt nicht so schlimm. Nö, ich bin mir auch keiner Stuttgart bewusst. Es gibt wirklich Orte, die viel schlimmer zu verlieren werden, als Camino. Zum Beispiel Alphard. Äh, Druidika, Daniel. Ja. Du sagst es immer, du spät, du fluchst. Du hörst, dass du spät, du fluchst. Vielleicht hat Lukas noch, Leck, keine Ahnung. Leck, Leck, Schmeck. Immer gut. 4%, 4 ist meine Lieblingszahl. Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Wir hätten Spaß in der Lieblingshunde. Du hast neue Emotes gezeigt. Ja, schon. Richtig, wieder Content. Richtig, wieder Content. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo Mario. Ah, wieso bin ich bei dir? Bis gerade ein Fließgesprung. Aarys, bis gerade ein Tod gesprungen. Hm? 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 Ich verstehe dich ganz schlecht. Das ist mir aber auch schon passiert. Die Labe da. Labe. Hm? Ich kann ganz, ganz vorgehen. Ich kann ganz, ganz vorgehen. Aber von mir aus können wir das verlieren. Ja, da war so ein Drohidika. Da war so ein Drohidika. Warum hat der die scheiß Granate nicht geworfen? Hatte ich keine mehr? Ah, ich hatte aber glaube ich keine mehr. Das ist mir Ja, klar, okay. Achtung, Grievous. Nee. Warum war ich noch nicht so, mit meinem Kopf hier drin? im Helm meinst du? warst du noch nicht so mit dem Kopf im Helm? ich hab, ich hab, äh, ich zieh jetzt mal je die Bademonte an ich zieh mal je die Bademonte an und dann reibe ich meinen Penis was hast du dir eigentlich zu essen bestellt, Marius? eine Dönerpizza vom Bahnhof ah ja, okay das ist das schön, dass ich das noch erfahren konnte weil ich, äh, auch lecker ja, war so lecker ja, war so lecker ja, das ist ein bisschen frech eigentlich bisschen gemein gut, Marius, ich erinnere mich hier an die Scheiße da kann man voll geil chillen und bisschen pewpew machen Brudica weil ich glaub ging oh ja ist er runtergerollt? wer braucht eigentlich so'n Schiff ohne... ah, oh ja die Republik weil die zum, äh, zum Embarion wird ich hab in 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 äh ich hab nichts gerissen, ne? so, nothing und hab, bin trotzdem nicht mit mir nicht mit dem Marius ja, Marius ich hab auch nichts gerissen ja, Marius ich bin trotzdem auch mit, mit dir ganz mit Daniel auch ganz bei Daniel, äh, ich bin Daniel ich hab die ganze Zeit C angegriffen wo wart ihr? nur wegen euch haben wir es nicht geschafft da hat er richtig ach, halt doch oh scheiß oh scheiß oh scheiß liebeshülle geht mir doch richtig an den Eiern vorbei und so, und so YouTube so kennt das wenn man einfach zu stehen ist ist so nur weil du noch kein, äh noch nicht die richtige Person für ne Liebeshülle gefunden hast kann ich ja auch nichts mehr das ist eigentlich Marius das ist Daniel oh, hinter uns ist ja ein Druidiker äh, bei, bei D, ne, das hat kein Buchstaben beim hintersten Knoten da sind zwei Gegner ein Druidiker und ein normaler Boy ja hinter mir ist jetzt auch ein Druidiker der Druidiker ist so ziemlich down ist jetzt auch noch einer ja, also ich bin down der ist er hat Rüdigkeit wieder ist Schilder ist hart auch auch ich kann dafür so rumlaufen denn ja, auch nicht auch gesehen doch doch r 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 Ich bin los, alle in den Skatepots! Guck mal, wie wenig Lehm der halt verloren hat, als er das gemacht hat, ne? Der hat ja nichts verloren in den letzten... Ja, das passt noch. Da haben wir ganz schön den Arsch bei Wurz bekommen gerade. Alles wegen euch schon noch scheiß Lebensmittel. Wegen dir, weil er jetzt hätt ich spawnen konnte. Kleiner Anti-Heading-Schneide-Schrauszie-Fölker.